Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Episode meines Vlogs Erfolgreich und erfüllt leben. Und heute habe ich jemanden ganz tollen und lieben hier, den Ernst Kramieri und freue mich mega mit dem Ernst für euch quatschen zu können. Ja, stell dich doch mal selber kurz vor. Für die, die ich noch nicht kenne. Hallo, wundervolle schönen guten Tag. Ja, vielen, vielen Dank liebe Sonja. Ja, wer bin ich? Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, in St. Moritz, pendle so zwischen den Welten hin und her, habe über zig Geschäfte aufgebaut und beschäftige mich seit gut einem Jahr mit Network Marketing. Ja, cool. Genau. Dann passt es ja perfekt zu dem Thema, erfolgreich und erfüllt leben. Ja, genau. Weil ich glaube Geld alleine nur zu haben und keine Erfüllung macht es ja auch nicht, oder? Ja, das ist richtig. Man braucht einfach einen richtigen Lebensinhalt. Man braucht einfach eine Berufung. Und in dem Moment, wo man seine Berufung hat und seine Berufung leben kann, dann hat man auch Spaß und dann kommt auch das Geld. Ja, definitiv. Wohl, dass du sagst. Wir hören ja regelmäßig von Menschen, wie finde ich denn meine Berufung? Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich weiß nur, was ich nicht will. Was ist denn dein Tipp dazu, um mehr in die Richtung zu kommen und zum Beispiel deine Berufung zu finden? Ja, das ist eine coole Frage. Also das Thema ist, wie komme ich zu meiner Berufung? Wie finde ich sie? Es gibt einen ganz einfachen Parameter. Wenn dir etwas Spass macht und Energie gibt, dann machst du es weiter. Und wenn du merkst, oh, das tut mir nicht so gut, das macht mir keinen Spaß, führe am Anfang einfach am besten eine Checkliste. Schreibe immer auf, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Und dann kommst du immer näher dran. Und plötzlich bist du einfach eines Tages so weit, wo du sagen kannst, hey, das ist mein Beruf und das macht mir Spaß. Da bin ich erfüllt und da komme ich voll in die Energie rein. Und dann merkst du, dass deine Energie permanent steigt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Auf jeden Fall. Ich glaube, was ich häufig erlebe oder was mir erzählt wird, ist, dass Menschen sagen, jetzt habe ich rausgefunden, wo mein Herz Ja zu sagt. Und dann kommen so Glaubenssätze, ja, aber damit kann ich doch kein Geld verdienen. Das hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Ja, ja, das habe ich schon öfters gehört, ja. Was sagst du denn dazu? Ja, genau. Also es gibt eine ganz einfache Formel, ja. Die sagt einfach, mach dein Hobby zu deinem Leben. Weil es gibt ja viele Leute, die gehen arbeiten wegen Geld und verdienen zu wenig, kann man nicht klar, aber in ihrem Hobby gehen sie sich völlig auf. Weil es gibt andere Menschen, die genauso das gleiche Hobby haben und wenn du da richtig ein Meister drin bist, dann kannst du anderen Menschen auch helfen, dieses Hobby besser auszuleben und je mehr Value du gibst, je mehr du den Menschen gibst, desto mehr sind sie auch bereit, dir dafür Geld zu geben und dich dafür zu bezahlen, ja. Und das ist halt so am Anfang so ein Spagat, ja. Du bist noch so in einer alten Welt, du musst Geld verdienen, um überhaupt zu überleben. Und da muss ich halt einfach bereit sein, ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, manchmal auch drei Jahre, je nachdem, muss ich halt bereit sein, auch etwas zu tun zusätzlich. Das heißt, kein Fernsehgaffen mehr, ja. Schmeiß diese Kiste aus dem Fenster raus. Denk von uns Vernichtungsmaschine. Ja, genau, weil ich finde es einfach nur krass, was die Leute da machen. In Deutschland, glaube ich, 3,5 oder 3,8 Stunden jeden Tag Fernseher zu gucken, also das kann es einfach nicht sein. In der Zeit kann man keine Sachen machen. Ja, genau. Also das heißt einfach, Kiste weg. Dann auch beim Internet. Das ist so die nächste große Suchtgefahr. Nicht stundenlang rumsurfen, sondern wenn du ins Internet gehst, geh immer gezielt rein, genau, bewusst, und sagst, okay, eine Viertelstunde gönne ich mir, da surfe ich rum, aber da komme ich zurück, weil ich bin mir sicher, auch deine Zuschauer kennen das, du fängst an und plötzlich sind drei, vier Stunden weg, Ergebnis Null, genau. Richtig, ja. Okay, das ist sehr, sehr cool. Aber das Thema nochmal, wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt was, was weiß ich, ich liebe es im Garten zu wuseln und interessiere mich für Schnecken. Keine Ahnung, ob ich das auch immer weiß, egal. Und ich sage ja, man kann aus allem Geld machen, wenn der Mehrwert für andere stimmt. Ja, merk ich. Aber dieses Mindset hat sich ja noch nicht zu jedem so rüber gesprochen, weil aus der alten Welt ja noch eine andere Denke ist. So nach dem Motto, ein klassischer IHK-Beruf und so nach dem Motto, den muss Kind oder so jetzt ausführen. Wie komme ich denn dahin, dass ich mein Mindset switche, wenn ich noch, ich sage mal, aus der alten Welt komme und erst anfange? Ja, es ist natürlich einfach so, wie überall im Leben, hol dir jemanden, der schon dort ist, wo du bist. Hol dir einfach einen Mentor. Das kann ich einfach nur zick, zick, zick mal betonen, wenn du einen Mentor hast, der zeigt dir, was geht. Fragst du deine Freunde, fragst du deine Familie, sagen alle, hey, geht's eigentlich noch, genau. Hast du keine Chance, aber in dem Moment, wo du einen Mentor hast und dann mach einfach Modeling of Excellence, das ist so wichtig. Mach genau das, was dein Mentor dir sagt. Und guck bitte, wer dein Mentor ist. Das kann nicht deine beste Freundin sein, weil sonst hätte die auch schon Erfolg. Es sei denn, ich ergänze mal, dass die beste Freundin genau das schon hat, wo du hin willst. Also in seltenen Fällen gibt es ja sowas, aber in den meisten Fällen, sage ich mal, sind die Menschen, die einen umgeben, wenn ich mich gerade erst auf den Weg mache, eher noch welche, die noch nicht ganz da sind. Ganz genau. Und ich sage immer, in meinem Seminar Millionärsbewusstsein, wenn ich als Beispiel Millionär werden will, sollte ich meinen Hartz-IV-Empfänger fragen. Ja, genau. Das wäre ganz sinnvoll, oder? Ja, richtig. Das ist ein sehr guter Input. Also schau einfach, wenn du Millionär werden willst, dass du so lauter Millionär zusammenkommst. Studiere deren Leben. Frag sie auch, ob sie bereits dein Mentor zu sein. Und noch etwas ganz, ganz wichtiges. Lies jeden Tag Bücher. Hör dir jeden Tag Hörbücher an. Hör dir genau solche Sachen an, wie hier von Sonja. Es gibt viele, viele andere Sachen. Hören, weiterbilden, weiterbilden, weiterbilden. Weil wenn du eine Veränderung möchtest in deinem Leben, dann musst du auch andere Dinge anders machen. Weil, die meisten Menschen sind erstaunt, sie machen nach wie vor immer das Gleiche und sind erstaunt, dass sie nach wie vor die gleichen Ergebnisse haben. Was für ein Schwachsinn. Wenn du andere Ergebnisse haben willst, dann musst du andere Dinge anders machen. Ja. Erfolgsorientiert. Und dann kommt das auch auf dich zu. Und ich glaube, vor dem Andersmachen kommt ja auch vielleicht erstmal anders denken, ne? Ja, klar. Es entsteht ja dann die Handlung oder Nicht-Handlung. Richtig, ja. Sehr gut, ja. Wie schaffe ich das denn, sage ich mal, weil viele sagen, ja, bei dir ist das ja ganz leicht. Da sage ich, ich bin den gleichen Weg gegangen wie andere Menschen auch. Ja, genau. Nur Klarheit hilft ja, ne? Wenn du schon mal weißt, was du willst. Und dann fokussieren aufs Ziel. Ja, ja. Ja, das hast du auch schön gesagt. Also, ich erlebe es immer wieder, dass die Leute zu mir sagen, boah, du hast ja Glück gehabt, Ernst. Boah, du gehst gut. Ich möchte auch gerne dein Leben haben. Dann sage ich immer, nein, das möchtest du nicht haben. Definitiv nicht. Doch, doch, das hätte ich auch gerne. Dann sage ich, ich glaube nicht, dass du bereit bist, 20, 30 Jahre lang zu investieren und immer wieder dich in Frage zu stellen, immer wieder neu im Weg zu gehen, immer wieder zu scheitern, immer wieder aufzustehen. Ich glaube nicht, dass du das möchtest. Die Leute sehen immer nur das Ende der Geburt. Das Ende der Geburt, ja. Aber sie sehen nicht den Weg dahin. Und du musst deinen Weg selber gehen, ja? Ich glaube, das kann ich auch nur sagen. Ich komme ja 15 Jahre Leistungssport und jeder hat nur gesehen, oh, höchste Leistungsklasse, erfolgreich, tolle Kleider, immer unterwegs. Aber was das bedeutet jetzt in meinem Fall, ne? Selbstbräuner einspielen, das Zeug stinkt, ja? Okay. Du musst die Bettwäsche abziehen, weil nachher alles verraumgeschmiert ist. Du siehst nur, da steht nachher, jemand hat den Erfolg auf der Bühne und das ist das, was du sagst, ne? Du siehst nur das Endergebnis, siehst aber nicht den Preis, den man auch bereit sein muss zu zahlen, also im Zweifelsfall für einen bestimmten Zeitraum auf andere Dinge zu verzichten. Sehr gut. Also, vielleicht, bei mir war es Familie, ne? Außer heute Abend zusammen essen gehen, ich kann mal mit Essen ja sehr gut ködern. Ja, hätte ich Bock drauf, aber ich stehe gerade drei Stunden noch auf der Fläche, weil am Wochenende Turnier ist. Ja, und morgen? Ja, morgen habe ich Privatstunde und Samstag, ja, da ist das Turnier. Sehr gut. Das heißt, dein Privatleben leidet im Zweifelsfall für einen gewissen Zeitraum, aber dafür hast du in dem Bereich, in meinem Fall war es dann eben der Leistungssport, auch das erreicht, was du erreichen möchtest, ne? Ja, wunderbar. Also, du musst immer einen Preis bezahlen, ja? Ganz, ganz wichtig. Und wenn du nicht bereit bist, den Preis zu bezahlen, dann wirst du immer da bleiben, wo du bist. In der Durchschnittlichkeit gefangen, sag ich. Ja, genau. Dann hast du deinen 9-to-5-Job, aber du kommst nie über einen gewissen Level hinaus. Also, darum überlege dir einfach ganz, ganz gut, möchtest du Erfolg haben, ja? Willst du wirklich, wirklich Erfolg haben? Und dann kommt so eine Entscheidung, und dann kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, dann kommt das Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen, du musst da durchgehen, du musst das aushalten, du musst das echt aushalten. Aushalten, dass alle Leute dir sagen, du spinnst, kein Mensch braucht das. Das geht doch nicht. Ja, du schaffst es nicht, vergisst es ganz einfach. Was ist, wenn es nicht klappt? Ja, genau. Du brauchst deinen festen, festen Glauben, ja? Glaube kann Berge versetzen, ja genau, hier. Und du musst das verbinden mit deinem Herzen. Jede einzelne Zelle von dir muss in eine hohe Frequenz reinkommen und schwingen. Du musst deine Frequenz oben halten, du musst also da durchgehen. Ich sage immer, durch das Tal der Tränen, durch die Wüste. Und du siehst keinen Erfolg, du fällst hin. Und da kommen die ganzen Leute und sagen, ha, ich habe es dir doch gleich gesagt. Du stehst wieder auf, machst weiter, 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 weiter. Und dann, dann, dann kommst du zu Vermögen. Kommt der Übernachterfolg. Ja, genau, richtig. Dann kommst du zu Vermögen. Und ja, ich kann es einfach nur jedem empfehlen, ja? Wo wir gerade schon bei Übernachterfolg sind, der dann ganz plötzlich ohne Arbeit kamen. Was bedeutet für dich persönlich Erfolg? Deine eigene Definition. Ja, für mich bedeutet Erfolg, mein Leben zu leben. Für mich bedeutet Erfolg, finanziell frei zu sein. Mir keine Gedanken machen zu müssen, kann ich mir das jetzt leisten oder nicht. Für mich bedeutet einfach, dort zu leben, das zu machen, was ich möchte. Einfach absolut keine Zwänge mehr. Das ist für mich einfach absolute Freiheit. Ja, sehr gut. Und das wünsche ich jedem von ganzem, ganzem Herzen. Und das kann man auch schaffen, ja. Wie komme ich denn dahin, wenn ich jetzt sage, ja, okay, ich bin bereit, meinen Preis zu zahlen zu lösen. Das auszuprobieren. Aber zum Thema auch finanzielle Freiheit, das ist ja auch gerade Thema in meiner Facebook-Gruppe. Ja, okay. Dein spezieller Tipp meiner Facebook-Gruppe heißt Money Makes Happy, finanzielle Freiheit für Frauen. Ah, sehr gut. Weil ich festgestellt habe, dass ganz viele Frauen eben nicht finanziell frei sind. Entweder abhängig sind von ihrem Mann, Schatz, Geliebten, wem auch immer. Von ihrer Familie, Vater, völlig egal, auf jeden Fall nicht frei sind. Oder noch vom Arbeitgeber. Und dann sagen, ja, der Job ist nett, aber so richtig kicken und erfüllen tut er nicht mehr. Ja, ja. Habe ich seinerzeit bei mir ja auch gemerkt, als ich gesagt habe, ich muss da mal raus. Ja. Was würdest du denn sagen, ist so der ultimative Tipp, wie man anfangen kann, finanziell frei zu werden? So der erste Schritt dazu. Tja, das hört sich gut an. Okay. Also die erste grundsätzliche Frage ist einfach, bist du bereit, den Weg zu gehen? Bist du bereit? Möchtest du wirklich finanziell frei sein? Weil viele haben einfach verhindernde Glaubenssätze, ja. Die tun sich einfach zu sehr reduzieren. Ich vergleiche das auch mit dem Thermostat bei einer Heizung, ja. Wenn man das als Geldthermostat nimmt. Wenn du zu Hause deine Heizung aufträgst auf 24 Grad, nehmen wir das mal als 2400 Euro. Dann wird das immer hochgehen bis 2400 Euro. Und dann wird es dort bleiben, dann geht es wieder runter, dann geht es wieder hoch. Also du musst bereit sein, diesen Weg zu ändern. Und zum ultimativen Tipp, ja. Wenn du natürlich arbeiten gehst in deinem ganz normalen Job, sind wir uns ganz, ganz klar einig. Wenn du jetzt irgendwo angestellt bist, dann kannst du deinem Chef gehen und sagen, hey Alter, gib mir 50 Euro mehr oder 100. Aber da kommst du nicht in die finanzielle Freiheit. Bist du selbstständig? Tja, was machst du da? Bist du vielleicht Kosmetikerin? Ja, da kannst du sagen, naja, anstatt 8 Stunden Kosmetikbehandlung mache ich 10 Stunden. Aber da kommst du auch nicht in die finanzielle Freiheit. Weil du verkaufst Lebenszeit gegen Geld. Und das ist das schlechteste Geschäft, das du machen kannst. Weil deine Lebenszeit wird nicht mehr, sondern sie wird einfach weniger. Also musst du einen anderen Weg gehen. Und der Königsweg hier ist absolut passives Einkommen, ja. Passives Einkommen heißt, bau dir ein Einkommen auf, wo du am Anfang arbeitest und danach hast du die Früchte deiner Arbeit. Das heißt, es läuft ganz automatisch. Das ist für mich einfach die ultimative Form passives Einkommen. Das passt ja auch gut zu dem, was ich gestern in meinem Workshop gesagt habe, erst säen, dann ernten. Wenn du merkst, dass du irgendwie nicht das erntest, was du eigentlich haben willst, sollte ich mir über die Saatgedanken machen, ob ich das Richtige eingesät habe. Weil als Beispiel so aus der Landwirtschaft, wenn ich Erdbeeren haben will, hilft mir nicht, Gurkensamen einzusehen. Heißt, wenn ich viel Geld haben will, was auch immer das für jemanden heißt, was weiß ich, 30.000 im Monat, dann kann ich nicht die gleichen Gedanken haben, die ich bis dato hatte, wenn ich 2.000 Euro im Monat verdient habe. Das heißt, irgendwie andere Gedanken einzusehen. Und meine Erfahrung, weil ich ja damit auch arbeite, ist, dass man es meistens alleine nicht schafft, aus den Ketten irgendwie rauszukommen. Ich glaube, du hast ja vorhin auch gesagt, einen Mentor, sich einen Coach oder irgendjemanden zu suchen, der einem dabei helfen kann, oder? Ja, richtig. Ja, es ist einfach das A und O, weil wir sind ja in der Macht der Gewohnheit, wir sind in der Komfortzone. Je nachdem jetzt wie alt du bist, 20, 30, 40, 50 Jahre oder noch älter, 60, 70, du hast deine Gewohnheiten. Und du kannst jetzt... Wir sind tief. Ja, genau. Mit der Bewusstsein. Tiefer Anker. Und ich vergleiche das auch gerne mit Fahrradfahren. Du kannst jetzt auch nicht schnell hingehen, ein Buch lesen, wie fahre ich Fahrrad, ja? Und dann hockst du dich drauf und dann funktioniert's. Das geht einfach nicht. Du brauchst jemanden, der dich instruiert. Es geht Step by Step. Darum hol dir immer, immer, immer einen Mentor. Und da ist natürlich die Welt vom passivem Einkommen. Du kannst natürlich dir passives Einkommen aufbauen, so wie ich das damals gemacht habe. Und ich habe damals Schönheitsformen aufgebaut. Und das läuft nach wie vor. Da habe ich mein Team, die arbeiten. Also das heißt, da habe ich automatisch passives Einkommen. Da muss ich nichts machen. Jetzt zum Beispiel heute Samstag sind, glaube ich, 12 oder 13 Damen im Einsatz. Unterwegs. Unterwegs. Schaffen schön, was ich weiß. Ich verdiene jetzt sehr, sehr, sehr schön mein Geld. Ich habe Bücher geschrieben, Hörbücher und so weiter. Das ist einmal geschrieben, einmal aufgenommen. Das läuft ein Leben lang. Alles, was skalierbar ist, ne? Ganz genau. Super. Sehr schön gesagt. Dann, genau. Jetzt hast du mich kurz rausgebracht. Aber es macht nichts. Die Damen arbeiten für dich. Da was steht. Ja, genau. Naturkosmetikprodukte habe ich auch auf die Welt gebracht vor 29 Jahren. Eine eigene Naturkosmetikserie. Und das ist natürlich einfach geil. Da kommen jeden Tag so viele Bestellungen aus der ganzen Welt rein. Also ich habe damit keinen Stress. Das läuft ganz einfach. Ich habe mein Team. Und das, das ist ja die eine Form der finanziellen Freiheit. Aber bis das läuft, dauert es relativ lange. Und heute… Wir sehen dann arbeiten. Erst ernten, ne? Also erst arbeiten und dann kommt das passive Einkommen, dass es irgendwann passiv wird. Am Anfang ist es recht aktiv, ne? Richtig, richtig. Das Wort ist ja für viele verleitend. So nach dem Motto, ich brauche nie was zu tun. Genau. Scharf, ne? Sink, sink, wick und positiv. Genau. Wenn ich da kurz aus meinem Leben erzählen darf, da hatte ich auch so die Situation, als junger Mensch wollte ich auch einfach sehr, sehr reich sein. Und ich war halt nicht reich, ja. Mit 18, 19 Jahren. Und da war ich so ein Guru. Und dann gesagt, ja du musst meditieren, meditier, stelle dir alles vor. Bestellung beim Kosmos. Ich habe meditiert, meditiert. Hey, es hat nicht funktioniert. Das sage ich auch. Nur dann muss die Handlung hinterher kommen. Ja, genau, ja. Aber das hat er mir damals nicht gesagt. Er hat nur gesagt, du musst nur meditieren, ja. Und dann bin ich wieder zu ihm hin und sage, hey, dein Scheiß hier funktioniert. Ja, du musst noch mehr meditieren. Und dann habe ich noch mehr meditiert. Ich bin ja in St. Moritz aufgewachsen. Da war ich im St. Moritzer See. Schneider See jetzt stundenlang meditieren. War ja schön. Und dann kommt so ein älterer Macher aus St. Moritz vorbei. Er sagt, sag mal, was machst du jeden Tag hier? Sag ich, ich meditiere. Ja, das ist okay, ich meditiere auch. Ja, was meditierst denn du? Ja, dass ich so reich werde und und und. Sag mal, geh jetzt noch. Steh auf. Schaff was. Handlung. Genau, was du gesagt hast. Und dann kommt das auch, ja. Also es braucht beides, ne. Ich nenne es nicht meditieren, sondern Mentaltraining. Also sexualisieren, was du haben willst. Und dann aber beweg deinen Arsch auf gut Deutsch, ne. Also geh raus und fang an, irgendwas zu tun. Der klassische Satz, den ich von vielen Menschen früher gehört habe. Ja, ich würde ja so gerne mehr Coach, Mentor, sonst was. Aber das kann ich mir ja jetzt noch nicht leisten. Dann fange ich mit an, wenn ich es mir dann leisten kann. Was sagst du denn zu dem tollen Glaubenssatz? Ja, was ich zu dem sage, du wirst es dir nie leisten können, ja. Das ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Ja, wenn ich dann mal groß bin, ja, dann kann ich so. Wenn du dann groß bist, dann ist wieder was, das ist wieder was, das ist wieder was. Und irgendwann kommt der Spruch, ja jetzt bin ich schon zu alt. Ich kann es mir nicht leisten. Sagt bitte nie mehr, ich kann es mir nicht leisten. Fragt euch einfach, was darf ich leisten, damit ich es mir leisten kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch eine schöne Frage. Weil ich sag mal, ich habe es gestern gesagt, zu sagen, ich leiste es mir erst, ist wie, also dieser Vergleich wie bei einem Fitnessstudio, ne. Ich leiste mir erst einen Personal Fitness Coach, wenn ich fit bin. Ja, genau. Welchen Sinn macht der dann noch? Ja, gar keinen. Ich brauche den, damit ich fit werde, ne. Und ich glaube, das Beispiel hilft vielleicht sein Mindset dahingehend schon mal zu drehen. Ja. Oder welchen Value, welchen Wert kann ich schaffen, um mir den Wert, den ich gerade haben will, dann auch zu leisten, ne. Ja, das hast du. Ganz wichtig. Ja, das ist absolut, das ist einfach der entscheidende Fakt. Einstellung, 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 Mindset. Einfach das, was denke ich zwischen den beiden Ohren. Das ist einfach das A und O. Und heute, heute gibt es dank Network Marketing, gibt es so geile, geile Möglichkeiten, wirklich schnell, schnell was zu bewegen. Ich habe das, ich bin vor einem Jahr, bin ich zu Network Marketing gekommen. Also ich komme so ganz aus der klassischen Business-Welt. Zit Geschäfte aufgebaut, verkauft, baue weitere Geschäfte auf. Und da sind immer mehr Leute auf mich zugekommen und gesagt, sag mal, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, wo es schneller geht, wo ich schneller in die finanzielle Familie komme. Ja, und ich dann halt manchmal so ist, wenn die Zeit reif ist, dann habe ich so die... Kommt es auf dich zu. Ja, genau, richtig. Ist der Schüler bereit, ne, kommt der Lehrer. Ja, genau, sehr schön gesagt. Und ja, genau. Also plötzlich kamen dann mehrere Sachen, ich habe es dann angeguckt. Und dann hatte ich so ein paar Leute um mich herum. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was Leute, wir gehen jetzt vier Jahre in die Lehre, wir geben jetzt vier Jahre Vollgas und schauen mal, was passiert. Und ich kann nur eines eines sagen. Viele, viele der Teilnehmer und vor allem auch Frauen, Frauen liegen mir sehr am Herzen. Ich darf dazu füßen. Ich darf dazu füßen. Das ist eine andere Geschichte. Nein, Frauen liegen mir sehr, sehr am Herzen. Und zwar einfach aus folgendem Grund. Weil Frauen sich oft gerne ein bisschen klein... Unterwert vergauen. Und das finde ich einfach blöde. Und dann manche Männer so mit ihrem Macho-Gehabe unterdrücken das Ganze noch. Und das finde ich einfach schade. Also ich habe zig, zig, zig Frauen, die sind jetzt schon in der finanziellen Freiheit innerhalb von wenigen Monaten. Und mit dem richtigen Mentor, mit dem richtigen Mindset, mit dem richtigen Produkt hast du so viel Bewegung drin, ja. Kleines Beispiel mit dem einen Baby. Ich nenne das liebevollen Babys, ja. Habe ich schon mitgekriegt? Ja, genau. Wir sind ja beim selben Baby unterwegs. Ja, genau. Also nicht, dass ihr jetzt was anderes denkt. Er erklärt es gleich auf. Sagt ihr, genau. Also ich mache bei dem einen Baby, lasse ich mir jede Woche, ja, jede Woche 12.000 Euro auszahlen. Das muss man sich einfach mal geben. 12.000 Euro. Das sind in vier Wochen 48.000 Euro. Plus die anderen paar Sachen. Ich habe ja mehrere Babys, ja. Was ich einfach nur jedem sehr, sehr empfehlen kann. Da komme ich im Monat im Schnitt zwischen 70.000 und 80.000 Euro. Und das muss ich echt mal geben. Passiv. Jeden Monat. Das Ding läuft von alleine. Gut. Jetzt hast du natürlich, Krisa, die Leute sagen, ja, du weißt halt wie es geht. Aber ich zeige das ja jedem, wie es geht. Ich schule jeden. Ich wollte gerade sagen, wir geben unser Wissen ja weiter für den, der das Open Mindset hat und sagt, ich will den Weg gehen und ich will es wissen. Und nicht gleich schon, ich sag mal, das Haar in der Suppe vorher sucht. Ja, genau. Ich schüttel mal so lange den Kopf, bis das Haar in der Suppe gelandet ist. Oder reiß eins raus. Genau. Jetzt habe ich es gefunden. Genau. Manchmal gibt es ja auch keinen. Das ist richtig. Und da gibt es dann auch so Leute, die sagen, ja, das ist Schneeballsystem und so. Dann lasse ich einfach so Leute drüber und sage, okay, wenn das für dich ein Schneeballsystem ist, dann ist das nichts für dich. Du hast einfach nicht die geistige Größe, sage ich manchmal. Ist okay. Dann lass es doch ganz einfach. Es geht dir an, die sagen, ja, was ist, was ist, was ist. Sag ich, willst du was ändern? Dann sei dabei. Willst du nichts ändern? Dann mach nach wie vor deinen 9 to 5 Job. Ganz, ganz, ganz einfach. Die Kraft der Entscheidung. Also bin ich bereit, wirklich die Entscheidung zu treffen. Weil viele sagen immer so, ja, ich würde ja ganz gerne. Das steckt ja schon in der Konjunkturitis drin, dass ich nicht will. Ja. Also dieses, wirklich wollen ist was anderes als wie es wäre, ja vielleicht ganz nett. Das ist so ein bisschen, also Frauen können dann ja sagen, entweder bin ich schwanger oder bin es nicht so ungefähr. Aber so ein bisschen gibt es da auch nicht. Und wenn ich ein klares Ja habe, ich sage immer eine Frage, die du dir stellen kannst. Gibt es für die Sache, für die Person, für das Produkt, für was auch immer ein bedingungsloses Ja? Ja. Wenn es das gibt, machen, wenn nicht, lassen, relativ schnell zu beantworten. Weil unser inneres Navi beantwortet uns das ja relativ zackig vom Gefühl her. Und ja, es macht voll Spaß mit dir. Also gerade mit Menschen, die ein ähnliches Mindset haben, irgendwie Menschen zu bewegen. Danke, danke. Abschließendes Wort Erfolg und Erfüllung und finanzielle Freiheit. Ja. Ein ultimativer oder nicht ultimativer Tipp. Okay. Was du, egal ob Männlein oder Weiblein, demjenigen raten würdest, wo er anfangen soll. Also ganz to the beginning. Ja, ich finde das süß. Ja, mit dir macht es auch Spaß. Vielen, vielen Dank. Ja, ich erlebe oft, die Leute fragen mich, hast du nicht irgendwelche Tipps und Tricks, ja? Also erstens schaffe ich nicht Tricks, ja? Sondern das ist einfach, Erfolg ist ganz, ganz solides Handwerk. Nicht mehr und nicht weniger, ja? Er folgt dem, was du tust und denkst. Richtig, genau. Also solides Handwerk, das kannst du einfach lernen. So, um jetzt nochmal auf deine Frage einzugehen. Wie kannst du anfangen? Jetzt, wo du diesen Videoclip gelesen hast, ja super toll hast, wo du ihn angeschaut hast, schau ihn bitte nochmal an, ja? So, das ist ganz wichtig. Schau ihn einfach nochmal an. Jetzt sagst du, na scheiße, ich hab's schon gesehen. Schau ihn nochmal an und hör jetzt mal genau hin. Nimm dir ein Blatt Papier und schreib mal deine Learnings auf. Was lernst du daraus? Und dann stellst du dir einfach abschließend die Frage, bin ich bereit, den Weg des Erfolges zu gehen? Ja oder nein? Das, was Sonja so schön gesagt hat, triff eine Entscheidung. Und dann steh dazu. Und dann bitte geh nicht hin und besprich das mit deinem Mann, besprich das mit deiner Freundin, besprich das mit deiner Familie. Halt bitte einfach die absolute Klappe, weil die anderen, das ist ein kleines Samenkörnchen, das jetzt in die Erde du reingepflanzt hast. Und die anderen würden dir das sofort wieder zerstören, genau. Also halt einfach die Klappe, triffst du für dich die Entscheidung und arbeite im stillen Kämmerlein, ja. Nimm einfach Kontakt auf zu Sonja. Es gibt so geile, geile, geile Babys. Ich hab zum Beispiel auch, wenn du magst, kramri-newsletter.de, Erfolgsnewsletter. Ich glaube, bekommst du so viele wertvolle Tipps oder Facebook, Ernst Kramri, Erfolgstipps. Schau dir die Sachen an, schau dir an, was Sonja macht. Und dann, wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann bleib dran, 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 dran. Komm zu den Trainings. Sonja macht dir wunderbare Trainings. Ich hatte gestern die Chance kurz reinzuschauen. Das war schön. Ja genau, das was sie rübergebracht hat, hey, hammer, hammermäßig geil. Da kann ich nur sagen, wow, Sonja hat so, 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 super drauf. Cooles Mindset und profitiert einfach von erfolgreichen Leuten. Und wenn du magst, wenn du einfach magst, wirklich in die finanzielle Freiheit zu kommen, ja, dann fang an. Du schaffst es. Du schaffst es. Ich weiß nicht, wann wirst du das senden? Die nächsten Tage. Ja, die nächsten Tage. Also ich kann dir jetzt einfach ad hoc eine sagen. Wenn du jetzt das anschaust, dann triffst du gleich eine Entscheidung, ja. Dann wirst du bis Weihnachten wirst du schon so viel anderes bewegt haben. Und ich bin mir sicher, du wirst bis Weihnachten schon nebenbei 2.000, 3.000. Und ich bin invert ab, sondern triffst du nie. Entschuldigung kommt heute. Dann wirst du ins